Wer ist das? Sein Name ist John Carter. Er hat mir das Leben gerettet. Ein fairer Kampf sieht anders aus. Das ist nicht das Werk von Göttern. Bleibst du hier und kämpfst für Helium? Steig auf. Er wird für uns kämpfen! Ich bin bereits da. Alles unter Kontrolle. Das könnte gefährlich werden. Wir haben es nicht begonnen! Werden es aber beenden! Nichts wird dich aufhalten. Und ihn lass zeigen, was er kann. John Carter. Zwischen zwei Welten. Im Kino. John Carter. Zwischen zwei Welten. Im Kino. Wir haben uns das. Im Kino. Vielen Dank.